Er muss hier irgendwo sein. Ja, weil dieses Ordnungsgerät von Thuul tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist? Scheiß Pentagon, ist denn das zu glauben? Nur Marine, hier hat der Weg sein. Da, da drüben, fein ich es! Aufgekrecht! Nett! Ich bin's, Chino! Erinnern Sie sich? Was ist mit ihm geschehen? So, hallo Leute, herzlich willkommen zum... So... Och... Ja, ohne Scheiß, Mann. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. So, noch mal. Willkommen zum... Neunten Level des... Crysis 2 Let's Plays und auch... Part 18. So... Wir haben jetzt gerade Chino wieder getroffen. Der ja am Anfang irgendwie gestorben sein soll. Und was haben wir? Wir haben eine Pistole. Super. Besorgen Sie sich Feuerkraft. Werden Sie brauchen. Sprengungsscar. Cool. Das klingt nach... Spaß. Ich höre Sie, Sir. Wir haben Molusken-Angriffe von allen Seiten. Müssen an einen sicheren Ort. So, jetzt gucken wir mal nach. Na, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind, hier kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Ach ja, bei der geht es nicht. Jetzt dürfte das Ding genau. So, dann laufen wir jetzt mal weiter hinterher. Wollen wir ja schließlich nicht, äh... Verlassen. So, mal gucken, was jetzt noch so auf uns zukommt, weil... Aber die Stadt sieht wieder mal geil aus. Schön zerstört. Das freut mich. Mehr oder weniger. Aha, dann gucken wir doch mal nach. Was haben wir da? So, jetzt geht's weiter mit Action. Das ist nochmal toll. Aber ich will meine alte Waffen wieder haben. Ich dachte, ich brauche ein anderes Visier. Alter, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's ab. Ah, da sind noch welche. Boah. Boah, jetzt komme ich gerade überhaupt nicht klar. Ah, da. So. Damit haben wir schon mal zwei erledigt. Jetzt verfolgen wir den Typen da mal. Okay, jetzt will ich mal an. Ah, okay. Das macht irgendwie Spaß. So, nachladen und... So, der nächste ist draufgegangen. Mal weiß nicht, wenn ich da jetzt Punkte einsammeln. So, und jetzt renne ich wieder dachlich. Ah, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Boah. Noch gleichzeitig geschafft. Wah, ich muss noch ein bisschen mit mir leiser drehen. Das ist ja gerade bei mir voll laut. Oh, Mann. Schon wieder nachladen. Ah. Ah, endlich. Boah. So. Ist hier noch irgendwer draufgegangen? Ah, da, da, da. So, Punkte haben wir. Oh, 7660. Das klingt toll. Nicht nur schnell nachladen. Boah. 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 So, Kontrollpunkte haben wir jetzt auch erreicht. Das klingt schon mal gut. Super, die nächsten Punkte haben wir. Och, nee, nö. Kommen schon die nächsten. Oh, was hatten wir da? Hier hatten wir irgendwas. Was hat denn, hier war irgendwas? Scheiße. Alter. Nee, tausche ich nicht ein. Boah. Ach, ich baller jetzt einfach drauf. Bin ich schon wieder voller, also weg. Ich glaub nicht, dass es hilft. Gut, dann gehen wir jetzt mit dem mal hier in Deckung. Äh, Leute. Und auch du, Shino. Ich will meine andere Waffe wiederhaben. Ich hab die so gemocht. Egal. Ich muss erst mal hier den Arsch versauen. Mann, seid ihr schlecht. So. Die Waffe ist auch wieder so gut wie voll. Dann renne ich jetzt mal da hin. Als Ein-Mann-Armee. Ey, dukst du dich mal? Ey, was ist das denn für eine... Sorry, Leute. Aber was war das denn mit der Schöne? Der rennt einfach an mir vorbei. Naja. Wenn er meint, er muss es tun, dann... hab ich ihn trotzdem von abgebracht. So. Ah. Was haben wir da? Auch nicht schon wieder. Neh, ich das Ding mal mit. Okay, mit Korn erweitert das Magazin. Lassen wir mal so. Oh, was haben wir da? Ich mach nochmal ne Sprengungsska. Was haben wir da? Ne Sprengungsska. Toll. Okay, ach, da soll ich dann. Willst du eintreten? Dann komm ich hier bestimmt irgendwie auf nem anderen Weg raus. Ah, und hier sind auch die Leute. Super. Was war da hinten hin? Ah, hier ist ein Weg. Super. Dass die auch immer wieder herkommen müssen. gonna wirst du... ...als es irgendwie möglich ist. Würden sie wohl meinen Milliarden-Dollar-Toll-Anzug eine Weile aus der Schussledie halten? Äh. Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn sie uns in einem Stück erreichen würden. Ich tue mein Bestes, um ihnen voll schutz zu geben. Alter. Alter, wo springt ihr denn bitte schön hin? Was bist du denn für ein Kämpfer? Ah Scheiße, meine Munition ist jetzt leer Das finde ich gerade gar nicht gut Verdammt Ey Willst du mich verarschen? Was war das denn bitte schön? Ich konnte nicht mehr schießen Ah, der geht wieder Jetzt kann ich schon wieder nicht schießen Ah Jetzt lade ich erstmal schnell nach Guck mal nach Die jetzt alle voll sind Ist gut Okay Hallo So Die sind zwar drauf gegangen Aber Ey, ich verstehe gerade nicht, warum ich ab und zu nicht schießen kann Das verstehe ich Das würde ich zu gern wissen Aber egal Wenigstens Haben wir es bis jetzt immer wieder überlebt Das ist doch Auch was Gutes Ja Ja Das ist schon wieder recht schlecht geschossen gewesen Okay Da haben wir noch einen Komm doch her, du Mistviech Gut, dann schleiche ich mich halt jetzt eben dran Muss ja hier sowieso lang Also was soll's Gut, der ist auch drauf gegangen Ah, da haben wir wieder Punkte Okay Jetzt schauen wir nochmal nach Lufttritt wollten wir ja nicht Schnellere Wiederaufladung von Anzug Und Gesund Ne Von Gesundheit und Anzug Energie Ach, ich warte jetzt noch auf 700 Punkte Und dann werde ich überlegen, was besser ist Okay Dann geht's jetzt weiter Ach so langsam wird's langweilig mit euch Die nehmen wir mit Oh Und dann geht's jetzt weiter